herzlich willkommen zu einer neuen folge von fünf fragen fünf antworten hallo stefan alexandra hallo grauer himmel schlechte stimmung erfurt wir haben ja bombenstimmung immer noch seitdem die wahlen vorbei sind wir als thüringer als einzige zugelegt ganz deutschland jetzt haben viele sagt ja woran liegt denn das ganze deutschland afd verliert und nur in thüringen legte zu nicht jeder hat stellvertretende kandidaten haben können da hatten die thüringer glück in diesem falle und da legt man auch zu gut es gab auch noch ein paar andere sachen ich werde eine rolle gespielt haben aber also ich sag mal wir haben tollen wahlkampf gemacht fünf von thüringen fünf für thüringen sind wieder im deutschen bundestag direktmandate geholt vier stück in thüringen ich habe in meinem wahlkreis fast 30 prozent geholt also sehr gut gelaufen und wie gesagt bundesweit zugelegt und erstmals haben wir ja hier in der sendung ein mitglied des fraktionsvorstands zu gast richtig nicht bundesweit zugelegt sondern auf bundesicht als einziges bundesland zugelegt so muss man sagen genau dann hatten wir die fraktionsgründung in der woche nach der bundestagswahl das lief eigentlich harmonischer als man sich das bei der afd so vorstellt dann hatten wir die vorstandswahlen gemacht ich bin zweiter parlamentarischer geschäftsführer geworden sozusagen stellvertreter von bernd baumann und der immer das ist ein schöner fraktionsvorstand auch der da zusammengefunden hat also ich sehe optimistisch in die zukunft also optimistischer als das wetter mir hier gerade stimmt ja das habe ich nicht besser arrangieren können in den letzten tagen wo sind wir eigentlich ich habe gar nicht mal erfurt erwähnt diese silhouette das ist hier so eine kirche in erfurt ja das ist so ein dom mit der gloriosa das ist doch diese riesenglocke die nur weihnachten bimmelt oder wie ist das so drei viermal im jahr ja also hier richtig schön blick vom petersberg auf den domplatz der ist auch da unten warum sind wir hier oben die bundesgartenschau in erfurt ist die tage zu ende gegangen und das sind sozusagen die ja die restbestände der bundesgartenschau die wir uns heute mal hier angeschaut haben aber wirklich sehr schön entwickelt das gelände hier oben also wer die bundesgartenschau sich nicht leisten konnte kann jetzt hinkommen nach erfurt und sich sozusagen die bundesgartenschau danach ja dann jetzt wird im moment ja wird noch eine ganze weile abgebaut aber wirklich sehr schön hier so das noch mal zur einleitung wir sagen immer woher wir kommen ja das stimmt ich habe es vergessen das wissen jetzt alle fd steht an dem ist egal wir kommen wieder mal zu einem nicht so schönen thema die letzten tage hat der ein oder andere von uns vielleicht getankt und beim tanken ist ihm möglicherweise die kinnlade wie man so schön sagt heruntergefallen woher kommt dieser begriff eigentlich vom nussknacker die kinder darunter fallen maulaffen pfeil halten gibt es auch teilweise kostet das benzin über zwei euro aber das war glaube ich dieser super v x35 stoff bei shell aber ist aber die die tendenz ist jedenfalls klar zwei euro standen schon mal auf der anzeigetafel ja wir haben wir haben investigativ recherchiert dass 60 prozent des benzinpreises staatlich gemacht sind sozusagen das heißt der staat könnte dadurch eigentlich auch eingreifen oder eigentlich sind wir gegen staatliche regulierungen sind ja liberal liberalen wirtschafts liberalen ansatz aber der greift der staat ja schon massiv ein bei den benzinpreisen also wo der staat mindestlohn hatte eigentlich nicht so viel verloren gehabt hat er trotzdem geregelt mietendeckel wird diskutiert da hat der staat auch relativ wenig einfluss drauf und bei der bei den spritpreisen bei den energiepreisen du sagst 60 prozent sind hausgemacht also nur beim sprit also je höher der benzinpreis steigt desto mehr verdient der staat auch weil ganz oben die mehrwertsteuer noch immer drauf kommt kommen wir noch zu ja also jedenfalls wenn der staat irgendwelche preise beeinflussen kann kann natürlich über die mehrwertsteuer das geht eigentlich überall aber im benzin im spritbereich ganz massiv da ist die mineralölsteuer drauf die eg umlage spielt ja auch eine rolle co2 steuer die co2 steuer ist noch obendrauf unter die mehrwertsteuer also da könnte der staat eingreifen wenn er wollte nun haben wir uns auch ein bisschen angeschaut wieso das eigentlich so ist wieso der spritpreis so hoch ist wir haben im jahr ich habe nachgeschaut am 13 september 2012 hatten wir einen bisher historischen höchststand bei den benzinpreisen der daran kratzen wir jetzt 2012 war es so dass da war der arabische frühling gerade da sind die rohölpreise explodiert da ist der der rohölpreis lag damals bei 117 dollar jetzt liegt er bei 84 das heißt zwei drittel ungefähr das ist nicht der grund wobei die 84 auch immer noch hoch sind also der preis hat durchaus einfluss je noch nicht den wegweisenden einfluss wir sehen eine preissteigerung bei benzin von 32 prozent in den letzten zwölf monaten ja und was sind denn da für die gründe du hast ja gesagt also wir haben obwohl der rohölpreis heute ungefähr wenn ich richtig recht habe ein gutes drittel niedriger liegt als 2012 haben wir trotzdem die gleichen preise irgendwo muss das ja herkommen ist nicht natürlich daran dass unsere links rot grün bunt schwarze irgendwie regierung immer meint den klimawandel bekämpfen zu müssen also diesen sommer sind wir eigentlich relativ wenig verglüht alle mir ist echt viel kalt gewesen also mir ist auch jetzt nicht so als wenn wir jetzt alles verdörrt wäre jedenfalls gut wetter und klima muss man natürlich mehr auseinander haben aber jedenfalls bekämpfen wir den klimawandel und meinen das geht am besten dadurch dass wir in deutschland die autofahrer schikanieren und drangsalieren aber erst mal die autos verbieten verbrennermutter und solange der noch nicht ganz verboten ist zumindest den benzinhahn auch nicht zudrehen aber die benzinpreise so hoch machen dass möglichst noch kaum einer auto fährt ökosteuer hast du schon genannt wir haben dazu den relativ hohen preis was auch interessant ist was ich nicht wusste habe ich aber heute gelesen dass der wechselkurs des euro so schlecht ist da passt ja alles zusammen oder das habe ich auch noch nicht bekommen aber wir haben mitbekommen inflationsrate inzwischen drei komper irgendwas inzwischen sind wir schon über vier die fünf in sicht die inflationsrate von fünf prozent gab es auch vor 20 25 30 jahren mal aber da lagen die zinsen bei acht oder neun prozent ja das heißt also mein geld wurde fünf prozent weniger aber ich habe deutlich mehr zins bekommen und inzwischen haben wir ja inflationsrate wie komme ich jetzt eigentlich darauf fünf prozent und zinsen minus bereich also es wird doppelt sozusagen zugelangt was den was denn was denn was kommt der von euro was den euro angeht und du hast gesagt der wechselkurs euro wäre so schlecht ja im vergleich zum dollar der dollar ist relativ stark der euro ist auf dem absteigenden ast wir sagen das und inflation deshalb komme ich drauf ist natürlich so ein anzeichen dafür dass es mit der währung nicht so weit her ist ja komisch nicht komisch sagen wir immer schon ja wir haben jetzt aber eine neue regierung gewählt wird es mit denen denn besser bisher ist ja nur der der bundestag eine neue regierung steht ja noch in den stern naja so doll und was sie jetzt da machen wollen also jetzt gerade heute wo wir aufzeichnen wir sind ja relativ zeitnah dran an der ausstrahlung da ist ja immer noch jamaika im gespräch jamaika nicht mehr im gespräch sondern die ampel im gespräch wobei ich mir nicht vorstellen kann wie die fdp erstens ihre wahlversprechen einhalten will und zweitens überhaupt nur daran denkt mit der durchgeknallten grünen regieren zu wollen also mal gucken wie die jetzt unter einen hut bekommen also die neue regierung zeichnet sich ab und dabei ist ja völlig egal jetzt ob wir jamaika haben oder oder die ampel ob jetzt cdu vorne steht oder spd immer dabei die fdp immer dabei die grünen und die haben halt ihren ihren klimaknall ja und das heißt halt die benzinpreise werden tendenziell steigen nicht wegen auch möglicherweise wegen des rohölpreises aber auch weil weiterhin abgaben und steuern obendrauf gelegt werden nun haben wir nicht nur bei den benzinpreisen das problem sondern zum beispiel auch bei den gaspreisen ich habe heute gelesen dass in beispielsweise in memmingen den menschen eine erhöhung um 70 prozent bevorsteht das ist ordentlich denke ich deutschlandweit planen 61 anbieter eine erhöhung in deutschland in frankreich wo natürlich das problem auch auftritt hat der staat reagiert und eine gaspreisbremse beschlossen was macht deutschland wir machen das gegenteil wir lockern sozusagen die bremse und lassen die lassen die gaspreise weiterhin in die höhe steigen ich habe gelesen die ersten gas anbieter sind pleite gegangen weil die also preise zugesichert haben diese nicht mehr ansatzweise halten können eon ist ausgestiegen überhaupt aus dem gas aus dem privaten anbieter gasgeschäft also auch da kommt einiges auf uns zu und dass der eine andere mieter ist jetzt vielleicht noch nicht merkt dass die benzin die energiepreise extrem steigen das merkt dann spätestens im nächsten jahr wenn die nebenkostenabrechnung kommt und er extrem nachzahlen muss für den zu erwartenden winter jetzt haben wir spritpreise wir haben gaspreise auch schon die strompreise die entwickeln sich ähnlich angenehm bei auf der leipziger strombörse hatten wir die tage einen durchschnitt von 155 euro pro megawattstunde das sind 356 prozent mehr als vor einem jahr was machen wir machen wir verknappen den strom weiter dadurch dass wir unsere kohlekraftwerke und kernkraftwerke abschalten damit wird natürlich weniger strom produziert und wir wissen ja alle marktwirtschaft angebot nachfrage weniger strompreis steigt noch mehr was machen die franzosen was macht der allzeit so umscherwenzelte macron er sagt wir müssen atomkraftwerke bauen vorgestern war das in den medien ich bin gespannt wie unsere macron verliebten groupies hier in der rot rot grünen schwarzen sphäre darauf reagieren werden aber war es nicht mehr angela die so ein persönliches verhältnis zu ihm aufgebaut hatte weil er ältere frauen mag ältere frauen mit geld das war unser spruch macron steht auf ältere frauen mit geld jetzt ist angela erst mal weg also jedenfalls geld hat es auch kein ja aber eine katastrophe jedenfalls wie in deutschland ja mit den verbrauchern umgegangen wird weiß nicht in italien sogar wo der staat jetzt die die heizkosten teilweise übernimmt in italien übernimmt der staat teilweise die energiekosten von den verbrauchern und wer bezahlt wir italien sozusagen mit dem euro wie ist es doch wieder aufbau vor mit zig milliarden unter die arme greifen und italien macht was senkt dadurch die verbraucherpreise die deutschland natürlich wo kein mensch daran denkt verbraucherpreise zu sehen im gegenteil war nicht ich habe es gelesen bei balei im fernsehen sagte super tipp also wenn die energiepreise zu hoch sind einfach weniger wenn die spritpreise zu hoch sind fahr doch einfach weniger und wenn die reisepreise zu hoch sind fahrt einfach nicht mehr in urlaub ganz einfach also wenn das brot zu teuer ist es doch kuchen das war auch mal jemand glaube ich in frankreich denn das ja dann am ende nicht so gut begangen nicht so gut bekommen sie soll es doch wohl doch nicht gesagt haben aber sei es drum man kolportiert also ganz toll das war doch mal sacher ziehen habe ich dir gesagt hat ja wenn euch zu kalt ist zieht euch doch pullover an in der wohnung also 16 grad und stattdessen strick pullover so kann man auch energiepreise energiekosten sparen und die oma freut sich wenn sie wieder was zum stricken hat so einfach wie setzt sich der strompreis zusammen 24 prozent machen einkaufen das sind aber viele zahlen heute oder ich wollte mal was faktenbasiertes machen ich hoffe die halten alle durch die zuschauer also 24 24 prozent strom einkaufsservice und vertrieb 25 prozent netzentgelde und zähler das ist gesetzlich reguliert 51 prozent steuern abgaben und umlagen der eigentliche preis ist dann wäre dann wie viel die 24 prozent also man zurückrechnet dann haben wir 75 prozent was also mit dem eigentlichen strom nichts zu tun hat hast du das in deutschland du hast schon gesagt war der stromausstieg ein fehler stromausstieg so weit sind wir ja noch nicht aber stromausstieg kommt vielleicht auch noch ich will das ja nicht ausschließen aber kerzen sind auch schön ja aber nicht co2 neutral da haben wir problem ja also diese völlig bekloppte politik energiepolitik zeichnet sich jetzt wieder also zeichnet beim gaspreis beim ölpreis gerade beim strompreis gerade beim strom aus allem auszusteigen was relativ günstig strom produziert und auch beständig strom produziert ist natürlich völlig bekloppt und dann auf der anderen seite den strombedarf extrem zu erhöhen dadurch dass er jetzt jeder mit stromautos durch die gegend fahren soll ich sage immer so ein bisschen spöttisch vor ein paar jahren wurden die 60 glühwirten 60 watt glühbirnen verboten weil die so viel strom verbrauchen aber die weiß ich wie viel 1000 watt so ein auto da verbrauchen die werden jetzt millionenfach auf die straßen gebracht bei zurückgehender stromproduktion also ich die ganze welt sage ich immer lacht über deutschland inzwischen weint die halbe welt wie kann man so eine bescheuerte politik machen deutschland von dem abgrund also energiepolitisch und ja klar was die preise angeht auch so das war es keine zahlen mehr nein nein wie viele sendung hat man denn heute oder das kann ich das sind immer so die zahl ja das muss ich nachschauen ja so 100 hat man schon ja und das 150 wäre dann das nächste ich guck mal gucken wir mal so das war jetzt erfurt unter grauem himmel mit tollen ausführungen ausarbeitungen zu energiepreisen in deutschland nächste woche dann aus berlin möglicherweise wir werden sehen also alles gute in die gut geheizte hoffentlich schön durch strom lampen erhellte wohnung desjenigen der hinter der kamera also jetzt vor dem bildschirm sitzt so sagen was tschüss